Hallo, dies ist eine persönliche Nachricht nur für dich. Und zwar soll ich dir sagen, dass... Was ist? Was wird denn das, wenn es fertig ist? Nix, halt dich da raus, ich muss hier eine persönliche Nachricht überbringen. Oh, persönlich, von wem denn? Ähm, vom... Bernd, nee, warte mal, Brigitte, Jutta, Johannes... Ja, was war es denn, jetzt ein Mann oder eine Frau? Hm, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, es ist auch egal. Ja, wenn du mich fragst. Nicht frag dich aber nicht, jetzt halt die Fresse. Also, wo machen wir stehen geblieben? Ja, also, ich soll dir auf jeden Fall von der oder dem Dings sagen, dass... Was macht ihr? Wir machen hier nur... Nein, wir machen nix und nur halt dich raus, du Eierkopf. Er hat es nicht so gemein. Doch! Nein, also, ich soll dir auf jeden Fall von der oder dem Dings sagen, dass... Ja, du heil und sickl doch einmal, wir schüttest du, oder heil oder le... Ah, jetzt hab ich keinen Bock mehr! Was hat er denn? Ja, ich glaub, dass es was Persönliches ist. Okay. Wegen. Untertitelung des ZDF, 2020